Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr vielleicht direkt schon sehen könnt Modern Warfare Remastered Botmatch muss ich noch dazu sagen, aber das kennt ihr inzwischen von meinem Kanal nicht mehr anders. Kann nur eine großartige Aufnahme werden, weil ich eben gerade auf Aufnahme starten gedrückt habe und dann direkt einen höllischen Krampf im Kiefer bekommen habe und die Aufnahme direkt wieder abgebrochen habe. Aber das hat sich inzwischen jetzt wieder einigermaßen geregelt. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wie ihr vielleicht auch schon sehen könnt, haben wir in der Spielweise, ich habe das jetzt 3-4 Runden online geübt, einfach mal um Level 4 zu erreichen, habe danach aber direkt ausgemacht, habe jetzt mehrere Tage nicht gespielt und bin jetzt direkt in die Aufnahme reingesprungen. Wir spielen 5 gegen 5, glaube ich, ja. Und ich habe die Bots, glaube ich, auf normal gestellt, also nichts allzu hohes, aber ihr seht, ich bin trotzdem grandios. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Ich habe jetzt auch irgendeine Map genommen, weil ich außer Bock und noch irgendwas noch nicht eine gezockt habe. Wow. Ja, aber wir werden mal gucken. Ich werde mich da noch ein bisschen reinfuchsen, werde da ein paar Folgen dazu machen. Falls sich jetzt jemand fragt, ob das dann Black Ops 3 ablösen wird. Ich denke, nein. Aber es kommen ja momentan eh nicht mehr so mega viele Folgen. Aber ich werde mal diesmal das machen, immer so, wie es gerade passt, wie es gerade baumelt. Ach hier. Das ist auch so geil. Richtig geil. Einfach so eine Ecke, wo nichts los ist. Ich würde auch gerne mal wieder auf irgendwas schießen und am besten auf irgendwas, was kein Verbündeter ist. Holy moly. Von allen Seiten. Erst kommt keiner. Jawohl. So. Erstmal die ganzen Wege hier schnallen. Ich finde, hier sieht alles gleich aus. Alter. Ich habe den doch gerade viermal getroffen, oder? Ich bin voll nervös. Ich bin voll nervös. Nein, wo bin ich denn jetzt dran? Oh, da war ein Baum. Da war ein Baum. Ne, da war eine Wand. Da war eine Wand. Tschüss. Irgendwann laufe ich noch in meine eigene Nade rein. Garantiert. Was machst du hier? Kämpfst du? Fuck. Oh. 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 Warte! Jawoll! Nein, die hätte sich doch ändern sollen. Wir sind in Führung! Okay, go! Jawoll! Nehmen wir jetzt! Oh! Oh! Hilfe! Luftangriff in Bereitschaft! Oh! Ja! Verbündeter Luftangriff unterwegs! Ich hoffe, der geht jetzt nicht voll auf mich. Ich habe nicht aufgepasst. Hm, 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 hm. Okay, ich glaube, so langsam komme ich rein. Alter! Wo denn? Der lag da noch. Ne, der liegt da noch. Ah! Habe ich jetzt die andere Waffe? Ne, habe ich nicht. Welche wollte ich denn? Die wollte ich eigentlich. Oh! Oh! Ich bin so blöd. Oh, oh! Ja! Oh! Oh! Oh, oh! 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 Sind die jetzt noch da? Haben die denn alle diesen scheiß Last Stand drin? Das gibt es doch gar nicht. Was haben wir denn noch so? Get's the first! Ich muss das mal kurz guckern, aber ich kann das nicht weg. Ich muss das die Mitte hin. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ich sehe nichts! Wow! So spielt man! No! Egal, jetzt kommen die großen Kanonen. Nein! Nein! Tschüss! Oh! Die Zeit wird knapp! Verbündeter Luftangriff unterwegs! Was? Wo ist er? Er ist tot! Wow! Da ist ja niemand hier in meiner Ecke! Granate! Oh nein! Ja! Das war die erste Folge! Modern Warfare! Und so weiter! Ich nehme glaube ich direkt noch eine auf! Wenn ich schon nochmal dabei bin! Dann habe ich wenigstens ein bisschen Vorrat! Dann müsst ihr nicht so lange warten, bis wieder was Neues kommt! Und die Folgen werde ich auch nicht bearbeiten! Sonst dauert das echt ewig! Ich mache immer wieder bei so Sonderfolgen mache ich halt viel Bearbeitungsscheiß! Und dann ab und zu einfach so ein bisschen Gameplay-Kram! Wie es halt gerade passt! Gut! Dann danke ich euch fürs Zuschauen! Wir sehen uns dann in einem anderen Video oder der nächsten Folge wieder! Habt noch einen schönen Tag! Bis dahin! Tschö! Ich hoffe ihr! Dann sag es noch eine Termin!